Hallo Leute, in diesem Tutorial werde ich erklären, wie man Skins bei Minecraft einfügt und ihr geht einfach auf die Seite www.minecraftskins.com und sucht euch erstmal einen Skin aus. Es ist jetzt eigentlich total egal, welchen Skin ich nehme. Ich nehme einfach mal den hier, klebt drauf. Oh, mein Internet ist wieder sehr schnell. Und dann steht hier Download to Computer nicht hier drauf, dass wir irgendwie irgendeinen Mist insuliert downloaden wollen, sondern einfach runterladen auf Computer. So, und dann ist halt dieses Skin hier. So, das ist noch ein Video, was sich gerade am Hochlandet. So, jetzt einfach, dann ziehe ich mir das Skin ein, müssen wir uns auf den Desktop ziehen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das einfügt. Halt wir mal wieder mit. Ihr braucht wieder Winrar, aber ich glaube, das habe ich schon mal erklärt. Ich gebe wieder hier Prozent. AppData Prozent ein. Habe ich das? Nein, habe ich natürlich noch nicht. So, drückt auf Enter, dann kommt ihr wieder in den remaining Ordner. Das ist, habe ich ja, den habe ich. Das ist halt hier, wo die ganzen Programme gespeichert werden, muss ich aber jetzt nicht weiter erklären. Dann geht ihr wieder auf Bin und dann ist hier Minecraft und das öffnet ihr einfach mit... Oh, meine Maus spielt gerade wieder, das ist wirklich sehr schön. Äh, dann öffnet ihr einfach hier mit Winrar. Nicht mit Java, sondern einfach mit Winrar. So, dann geht ihr hier auf Mob und... Na? Na? Oder doch nicht auf Mob. Wieder hier doch. Ne, ich bin halt echt zu blöd, diesen dummen Ordner zu finden. Du bist jetzt echt leid, Leute, aber... Ich finde den gerade nicht. Ne. Okay, nicht schaden, dann seht ihr auch mal die ganzen... Was ist das? Oh, Ne... schön dass ich das euch hier zeige ich mich auch die ganzen Texturen von dem Spiel die Datei sollte man nicht benutzen so ja genau hier ist es bei wo war das jetzt ich krieg gleich die Krise ja bei Mob genau bei Mob und dann seht ihr halt dieses Char kann ich auch mal öffnen das ist halt das Minecraft Standard Skin bei Char und das nennt ihr jetzt einfach um ich würde es am besten so um nennen Char Original Enter benennt ihr das um und jetzt nehmt nehmt ihr eure Skin und tut den einfach Padwork & Drop da reinziehen dann sucht ihr den und benennt den auch um aber die müsst ihr jetzt aber die müsst ihr jetzt wirklich in Char.png umbenennen Enter so jetzt habt ihr euren Skin und das könnt ihr jetzt einfach schließen dann Minecraft starten starten so so ja das ist jetzt nicht die aktuellste Version aber ich werde es auch jetzt auch nicht downloaden abgedreht so einfach hier in unsere alte Welt ja es wird wahrscheinlich jetzt total lecken ja aber jetzt hat der alte Laptop ist der es schafft nicht schafft so gut ich habe ganz noch installiert gehabt so wie zeige ich das euch denn jetzt auch hier da ihr seht schon ist der andere ist ein anderer Skin ja das war es eigentlich schon wieder zum tut ich hoffe es hat euch gefallen unterstützt mit einem Daumen hoch und ja dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial Tschüss